Wo stehst du denn hier rum? Ach guck mal, was hier rum steht. Ich steh ja nie rum. Ein Schneemann steht hier. Oh nein, das ist eine Schneefrau. Hat den Hut. Das ist eine Schneefrau. Darf man das noch sagen? Ach das ist ein Schneeschwein. Ab heute 5. Februar fängt das Jahr des Schweines nach dem chinesischen Horoskoban. Das ist ein Schneeschwein. Ein Schneeschwein, ja. Die Schweine sind eh ganz ähnlich. Das ist pervers.